Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert und was in der Radio-Essen-Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat. Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen. Heute mit mir Nadine Müller und wir sprechen über die wichtigsten und spannendsten Themen der Woche. Wir sprechen aber nicht nur über die Themen selbst, sondern wir holen uns die Kollegen aus der Redaktion direkt ins Podcast-Studio und die erzählen dann von einer spannenden Recherche oder einem ganz besonderen Reportereinsatz. Diese Woche wieder mit ganz unterschiedlichen Themen. Es geht zum Beispiel um einen großen Künstler, den wir in der Frühschicht verkünden durften, weil der zu uns nach Essen kommt. Es geht um ein sehr emotionales Gerichtsurteil und unsere Reporterin erzählt von der schwierigen, angespannten Stimmung im Gerichtssaal. Und wir sprechen auch darüber, warum unser Stadtreporter bald vielleicht auf Häuserdächer klettern könnte. Das alles hört ihr jetzt hier. Wir holen uns direkt den ersten Gast rein. Ich wundere mich, dass er bei mir im Studio sitzt und nicht draußen vor unserem großen Studiofenster. Joshua Windelschmidt ist jetzt hier. Hallo. Da saßt du diese Woche auch schon, ne? Ja, ich habe mich am Donnerstag, als dieser komische Frühlingsausrutscher war, da waren ja auf einmal Sonne und 17 Grad, die Tage davor ja nur regnerisch und kalt. Da habe ich gesagt, boah, ey, früher in der Schule haben wir immer draußen Unterricht gemacht bei Schönwetter. Da habe ich gesagt, dann kann ich das doch auch auf der Arbeit machen. Draußen arbeiten. Und dann habe ich mich einfach mal draußen hingesetzt. Ehrlicherweise habe ich aber nur da gesessen und nicht gearbeitet. Wen muss man denn da fragen in der Schule? Da musste man immer einen Lehrer fragen, können wir bitte draußen Unterricht machen? Genau, das haben wir auch immer gemacht und viele Lehrer waren dann überfordert und sagten, was mache ich denn da mit euch draußen? So ein Biologie-Lehrer, der ist vielleicht ein bisschen einfacher, der kann da draußen nur was zeigen oder so. Aber ja, das hat auch nicht immer geklappt, muss ich sagen. Aber manchmal, wenn es so heiß war oder so im Sommer, haben wir gesagt, komm, dann gehen wir jetzt irgendwie raus und suchen uns da ein schattiges Plätzchen, machen da Gruppenarbeit oder so. Das ging. Auf der Arbeit ist es schon schwieriger, weil irgendjemand muss ja hier im Studio die Knöpfe drücken. Aber ich war gestern wirklich echt neidisch, so auf Gärtner oder so. Ich glaube, das ist gerade im Frühling echt ein cooler Job. Im Sommer dann wieder nicht, wenn es zu heiß ist. Ja, ja, genau. Aber jetzt so im Frühling, wenn eh so alles anfängt zu blühen langsam und du die Gärten oder die Parks wieder fit machst. Also vielleicht werde ich Teilzeit-Gärtner. Draußen bei uns vor dem Studiofenster kannst du das Unkraut wegmachen. Ja, da müsste sowieso mal ein bisschen mehr richtiges Grün hin, finde ich. Es ist sehr viel Asphalt. Naja, vielleicht kümmerst du dich ja jetzt. Naja, von draußen könnte man theoretisch auch arbeiten mit dem Funkmikro, das geht. Wir sprechen über die beste Stimme. Es ist egal, ob man im Studio steht oder draußen. Und genauso ist es auch egal, ob man bei uns im Studio steht oder zu Hause ist. Man kann uns nämlich Memos schicken, wo man irgendwas einspricht. Wir suchen nämlich die beste Stimme. Ja, hier ist sie. Hallo, ich bin ja schon auf Rindisch mit Stimme. Nein, ja, tatsächlich. Die beste Stimme Essens suchen wir im Moment. Und das kann wirklich jeder sein. Also entweder ein fünfjähriges Kind, was gerade anfängt zu sprechen oder sprechen kann, aber vielleicht richtig schön spricht. Oder der, weiß ich nicht, 85-jährige Opi, der tolle Geschichten vorlesen kann. Und dazwischen alles, Sänger, aber auch Normalos, die vielleicht im Callcenter arbeiten und irgendwie einfach eine nette, angenehme Stimme haben, die vielleicht einfach mit ihrer Stimme auch arbeiten müssen. Es gibt ja auch Therapeuten und die brauchen ja auch irgendwie eine angenehme Stimme, denen man gerne zuhört oder so. Also ja, es ist ganz verschieden. Wir haben über eine halbe Million Menschen in Essen und dementsprechend auch verschiedene Stimmen. Und da wird ja wohl eine dabei sein, die Essens beste wird. Ich glaube nicht nur eine. Ich glaube ganz viele haben Potenzial. Hast du dich auch schon angemeldet? Nee, nee. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich Essens beste Stimme habe. Nee, da gab es schon, also ich habe in die Bewerbung mal reingehört, da gab es wirklich tolle Stimmen, denen ich auch stundenlang zuhören könnte. Also ich mag es immer, wenn es ein bisschen tiefer ist, auch bei Frauen. Also wenn, hier Dua Lipa, die Sängerin zum Beispiel, hat eine tolle Stimme als Sängerin auch. Es gibt Männer, die toll tief sprechen, die sehr viel Bass in der Stimme haben. Das stimmt. Den höre ich dann auch gerne zu. Da bin ich auch immer ein bisschen neidisch drauf. Das fehlt mir, glaube ich. Vielleicht kommt das irgendwann. Vielleicht muss ich auch mehr rauchen oder so. Oder mal anfangen zu rauchen, ehrlicherweise. Ja, genau. Aber nee, manche haben das auch einfach von Gott gegeben. Das ist toll. Ich stelle mir das in der Bewerbung ganz lustig vor, wenn dann eine Stimme kommt, die irgendwas vorliest oder irgendwas präsentiert, was gar nicht mit dem Inhalt zusammenpasst. Also so eine ganz tiefe Stimme, die dann irgendwas erzählt, was jetzt nicht zu dieser tiefen Stimme passt. Ich weiß, in unserem Trailer, den wir spielen für Essens beste Stimme, da gibt es auch unsere Kollegin Lea Sleimann, die sagt, oder eine erotische Stimme. Und wenn dann so Stimmen zusammenkommen mit irgendwelchen Themen, die irgendwie nicht zusammenpassen. Ja, ich muss auch ehrlicherweise sagen, bei den Bewerbungen habe ich bis jetzt noch nicht einmal auf den Inhalt geachtet, sondern hier auch immer nur gehört, wie klingt diese Stimme. Das ist ja auch irgendwie so ein Phänomen. Ich glaube auch, wenn man das Radio einschaltet, das Erste, was man wahrnimmt von so einem Moderator, ist halt erstmal die Stimme an sich, die Atmosphäre vielleicht auch und dann irgendwann hörst du dem Inhalt zu. Beim Fernsehen ist es ja noch viel schlimmer, wenn da irgendwie so ein Korrespondent vor dem Kreml in Moskau oder so ist. Du achtest ja auf den Hintergrund, du achtest auf seine Krawatte, du achtest auf alles andere, aber nicht auf das, was er sagt. Und das, finde ich, ist ganz krass. Aber jetzt bei Essens bester Stimme, und das ist das Schöne am Radio, da achtest du ja wirklich sehr viel einfach nur auf die Stimme. Aber ich sage mal, die Stimme alleine, die reicht auch manchmal nicht. Es kommt ja auch auf die Betonung zum Beispiel an, wie man Sachen ausspricht. Ich finde, das ist auch sehr facettenreich bei Stimmen oder nur bei Ton sein kann. Auf jeden Fall. Es gibt ja auch Hörbücher und sowas. Und wenn man jetzt einfach nur so ein normales Buch vorlesen würde, ist es was ganz anderes, als wenn du ein Hörbuch richtig sprichst mit Betonungen, mit vielleicht verschiedenen Stimmen oder Stimmlagen. Und ja, wenn irgendwie was Actionreiches passiert, dass man dann eben nicht einfach nur monoton vorliest, dass jetzt gerade hier eine Dingens explodiert, sondern dass man wirklich, wow, jetzt krass, und dass man sich so ein bisschen auch verstellt und mit der Stimme spielt. Und das wollen wir dann auch mit unseren Kandidaten, dass sie zum einen natürlich ihre Stimme präsentieren, aber auch so ein bisschen damit was ausprobieren und dann bei uns gewinnen am Ende. Du gibst ja schon ganz schön viele Tipps gerade. Ich habe übrigens gestern eine Mail gelesen. Das war keine Bewerbung, aber im Betreff stand auch Essensbeste Stimme. Vielleicht muss ich das mal kurz erklären. Unsere E-Mails, die kommen an verschiedenen Verteilern an und manche E-Mails, die werden dann auch weitergeleitet. Die wurde auf jeden Fall weitergeleitet. Die habe ich auch bekommen. Und da stand drin, für mich hat Essensbeste Stimme euer Moderator Tim Schröder. Ja, das kann ich zum Teil auch wirklich unterschreiben, weil Tim einfach eine sehr, sehr angenehme Stimme hat. Dem hört man gerne zu. Der kann mir stundenlang Geschichten vorlesen und so. Also das ist einfach so dieses, zum einen natürlich Trainierte, zum anderen vielleicht eben das Talent auch oder diese Stimme einfach zu haben. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und wenn ihr, also Tim darf ja nicht mitmachen bei uns. Ja, gib nochmal ein paar Eckdaten jetzt. Bis wann kann man mitmachen? Was muss man tun? Ja, ihr könnt euch noch bis einschließlich diesen Sonntag 23.59 Uhr, also 17. März, bewerben bei uns. Jetzt auf radioessen.de. Das geht ganz einfach. Da ist so ein Formular und da könnt ihr so eine Datei hochladen, wo man dann eure Stimme hört. Sollte das nicht gehen, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Steht aber auch alles da erklärt. Und dann sucht eine Jury die besten zehn dieser Stimmen aus. Und die werden dann zu einer Online-Abstimmung gestellt. Und das heißt, da kann dann jeder mitmachen und abstimmen. Und die Top drei dieser Abstimmungen werden dann am 1. April bei uns am Sendergeburtstag von Radio Essen hier ins Studio eingeladen. Werden da dann ein paar Spiele machen gegeneinander, die auch mit Stimme zu tun haben. Und dann gibt es einen großen Gewinner. Unter anderem gibt es exklusive Konzerttickets zu gewinnen, die es nirgendwo zu kaufen gibt. Da verrate ich jetzt aber noch nicht so viel. Und ja, mitmachen kann im Prinzip jeder. Wenn ihr nicht selber eine super Stimme habt, dann vielleicht jemand, den ihr kennt, der eine tolle Stimme hat, der soll sich bewerben. Einfach auf radioessen.de. Also, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann könnt ihr jetzt noch mitmachen. Gerne. Ich kann mich noch genau daran erinnern, letztes Jahr im Juni, ich war im Urlaub und habe aber auf meinem Handy eine Push-Benachrichtigung gesehen. Und war schockiert, als ich die gelesen habe. Und da ging es nämlich darum, dass bei uns in Essen bei einer Verkehrskontrolle ein Polizist überfahren wurde und einige Meter mitgeschleift wurde. In dieser Woche ist das Gerichtsurteil gefallen gegen den Fahrer, der eben diesen Wagen gefahren hat. Und unsere Stadtreporterin Julia Krösemann war mit dabei. Hallo Julia. Hi Nadine. Und das war eine sehr angespannte Stimmung sicher im Gerichtssaal, oder? Ja, es war angespannt, es war sehr emotional. Also, schon als man den Gerichtssaal betreten hat, hat man diese Spannung gespürt. Sowohl der Polizist war vor Ort, als auch der Autofahrer. Die beiden haben gar keine Blicke ausgetauscht, haben sich sehr voneinander abgewandt. Und ja, jetzt gerade am letzten Tag, wo das Urteil gefallen ist, war es nochmal emotionaler. Der ganze Gerichtssaal war voller Menschen, sowohl Familienangehörige des Angeklagten, als aber auch die ganze Polizeibelegschaft, inklusive des Polizeipräsidenten. Also wirklich alle waren da, um das jetzt mitzuverfolgen und um zu gucken, was kommt natürlich jetzt dabei raus. Also, die haben den alle unterstützt und ich glaube auch für die Kollegen, natürlich für den Polizist, der überfahren wurde auch, aber auch für die Kollegen war das eine sehr emotionale Angelegenheit. Was ist denn jetzt das Urteil? Der Autofahrer hat 13 Jahre Freiheitsstrafe bekommen und unter fünf Jahren ist da auch nichts zu machen. Also, das heißt, es gibt auch keine Minderung der Strafe vor Ablauf dieser fünf Jahre. Der Richter hat das Ganze begründet mit den Worten, es herrscht mittlerweile einfach zu viel Polizeigewalt, also zu viel Gewalt gegen Polizisten. Und dem müsste halt ein Zeichen gegenüber gesetzt werden. Der Angeklagte selbst hatte insgesamt 15 Vorstrafen, ist also immer wieder aufgefallen, dass er ohne Führerschein im Straßenverkehr gefahren sein soll, Drogenbesitz und so weiter und so fort. Also, die Liste war da wirklich endlos lang und natürlich, das muss man sich nochmal vor Augen halten, so diese Situation, er wollte den Polizisten nicht bewusst überfahren. Er wollte um ihn herumfahren, aber hat es natürlich dann, ja, in dem Moment angenommen oder beziehungsweise in Kauf genommen, den natürlich zu verletzen. Und das ist am Ende geschehen und das hat natürlich echt drastische Folgen für den Polizisten. Man kann sagen, der ist von oben bis unten, ja, gebrochen gewesen. Also, mehrere Frakturen waren da einfach zerstört, er lag mehrere Wochen im Koma und das sind natürlich Schäden, die einfach jetzt auch noch darüber hinaus im Kopf bleiben. Und wir müssen ja auch sagen, er hat ja den Polizisten angefahren, der ist dann wieder vom Auto runtergefallen und dann hat er ihn überfahren und nochmal quasi mit einem anderen Reifen erst mitgeschleppt und nochmal überfahren. Also, es gab mehrere, mehrere Momente, wo er hätte bremsen können und sagen können, so, das war jetzt nicht meine Absicht, das ist jetzt zu viel. Es war alles zu viel natürlich, aber es gab mehrere Momente, wo er sagen könnte, so, ich steige jetzt aus, ich stelle mich jetzt, das war, das war nicht das, was ich wollte. Und ich glaube, es wurde sogar, ich weiß nicht genau, eine Simulation gezeigt oder eine richtige Aufnahme von der Verfolgungsjagd, die es vorher gab, oder? Genau, die Polizei filmt ja in besonderen Fällen im Straßenverkehr immer mit, was dort passiert, so war es jetzt auch in diesem Fall, sobald das Martinshorn anging, hat man diese Verfolgungsjagd gesehen und das klingt jetzt wirklich komisch, aber man muss sich das vorstellen wie in einem Videospiel, wo man in einem Auto sitzt und durch den Straßenverkehr rast hinter dem Verfolgten her und der hat da wirklich nichts ausgelassen. Also quer durch die Straßen, über Bordsteine und auch das war natürlich total gefährlich, weil er da zu jeder Zeit hätte auch Fußgänger verletzen können. Und dann gab es noch eine Videoaufnahme, die wurde gemacht von einem Getränkemarkt in dieser Sackgasse und da hat man von Weitem gesehen, wie der Polizist angefahren wurde und das waren natürlich Bilder, die da erzeugt wurden im Gerichtssaal, wo du wirklich gemerkt hast, absolute Stille. Wie war die Stimmung, als das Urteil dann gefallen war, beim Angeklagten und auch beim Polizist und vielleicht auch beim Richter? Fange ich an beim Angeklagten, der war sehr ruhig, er war, der hatte einen ganz strikten Blick zum Richter. Ich hatte den Eindruck, dass er jetzt einfach nur noch dieses Urteil hören möchte und ja, das einfach jetzt hinter sich bringen möchte. Der hat im Anschluss dann noch geweint, als der Richter das nochmal begründet hat, warum er jetzt diese hohe Strafe bekommt und man hat gemerkt, dass ihm das leid tut und dass er das wirklich bereut. Also so hat es auf mich gewirkt, trotz allem natürlich dazu zu sagen, trotzdem ist das halt eine Tat, die halt einfach absolut gar nicht geht und nachvollziehbar ist. Der Polizist selbst, dem hat man angemerkt, ja, er hat so ein bisschen aufgeatmet in dem Moment. Man hat es körperlich nur ganz, ganz leicht gesehen, auch der war sehr, ja, starr, sehr gefasst. Wahrscheinlich sehr angespannt. Genau, genau. Und im Nachhinein habe ich dann aber gehört, dass er ja auch einfach erleichtert ist, dass es jetzt vorbei ist und dass er nach vorne schauen kann. Und nochmal ein kurzer Blick auf den Richter, auch das fand ich sehr interessant. Er sprach immer wieder von einem besonderen Fall. Also das hat er mehrfach erwähnt und er hat auch mehrfach erwähnt, wir sprechen hier wirklich von einem Wunder, dass der Polizist noch hier ist. Das ist der auch übrigens nur, weil er halt wirklich so eine kräftige Statur hatte, die halt verhindert hat, dass er wirklich, ja, dabei gestorben ist. Und ich hatte den Eindruck, dass es den Richter so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen auch persönlich berührt hat. Ich würde sagen, das ist ein Fall, der hat viele Menschen bei uns in Essen persönlich berührt oder generell berührt. Und es war ein großes Thema bei uns. Wir sind natürlich alle froh, dass es dem Polizisten besser geht. Du sagtest mir, glaube ich, auch, dass der wieder arbeitet mittlerweile im Innendienst. Und alle Eindrücke aus dem Gerichtssaal von dir, die kann man auch nochmal nachlesen auf radio-essen.de. Für meinen Kollegen Tim Schröder war es eine sehr musikalische Woche. Ich habe schon gesehen, hier kam jemand zum Termin mit ganz vielen Instrumenten. Aber, Tim, du warst auch unterwegs und hast dir Musik angehört und zwar Orchestermusik. Ja, ist ehrlich gesagt ja gar nicht so meins gewesen. Also Hochkultur, ja, da bin ich wahrscheinlich wirklich nicht der Experte und war deshalb vielleicht auch so überrascht von der Orchesterakademie der Essener Philharmoniker, die ich kennenlernen durfte. Ich glaube, das wissen in Essen ganz, ganz wenig Leute, dass wir so etwas wirklich Besonderes haben. Das sind acht Studenten, die eben die Chance bekommen, nach ihrem Hochschulstudium im Bereich Musik eben ein Stipendium zu ergattern eben bei diesem Verein. Es ist ein Verein, der sich auch nur finanziert aus Spendengeldern. Und diese Studenten, die sich dafür bewerben, acht Stück, haben dann die Chance bekommen, eben dieses, ja, Volentariat könnte man sagen oder XXL-Praktikum eben bei den Essener Philharmonikern zu machen. Diese acht Studenten, das sind aus 450 Bewerbungen ausgewählt worden und man muss dazu wissen, wenn man das Glück hat, da rein zu rutschen, dann ist es so, dass tatsächlich 80 Prozent derer eben danach Engagements bekommen in den wirklich größten Orchestern dieser Welt. Das ist ein Riesenrenommee, was unsere Philharmoniker haben und wo man eben dann als Student die Chance hat, daran teilzuhaben. Das ist ein richtiges Sprungbrett, so hört sich das auf jeden Fall an und du konntest auch mal reingucken, ne? Ja, die Philharmoniker, die haben nämlich parallel geprobt, wir haben uns getroffen im Foyer des Altertheaters, das ist ja wirklich ein sehr beeindruckender Raum und ich durfte dann mal die Türe aufmachen zu den Proben, zu den Proben der Philharmoniker, zu ihrer neuesten Oper. Und da sind natürlich dann auch wieder Menschen aus dieser Akademie mit dabei, die da eben auch mitspielen. Wir machen mal die Tür auf. Also mir ist da eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen und schon toll, toll, also dass wir sowas haben und ehrlich gesagt habe ich mich über mich selber geärgert, dass ich da nicht auch öfter mal hingehe. Ja, irgendwie, meine Musik ist es auch nicht, aber ich finde es sehr entspannt. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber das war jetzt das Kontrastprogramm zu deinem anderen Termin, du hast nämlich Hausmeister Krause getroffen. Ja, Tom Gerhard, und zwar im Theater im Rathaus ist der wieder, muss man ja sagen, mit seiner Produktion Hausmeister Krause, du lebst nur zweimal. Diese Produktion hatte Premiere, Weltpremiere vor gut zwei Jahren bei uns in Essen und jetzt ist er wieder eben da mit dem Stück, weil es einfach so eine Riesennachfrage gibt. Also der ist jetzt hier Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Die letzten drei Vorstellungen waren sofort ausverkauft und eben für Donnerstag und Mittwoch eben nur wenige Restkarten. Und das ist schon ein Riesenerfolg, den er bei uns feiert und wir haben uns bei ihm praktisch zu Hause getroffen, nämlich bei ihm im Wohnzimmer bei Hausmeister Krause. Denn der ist ja, wenn er auf Theatertournee unterwegs ist, eben mit seinem Wohnzimmer unterwegs. Aber ohne Dackel. Ja, da darf man, ich habe es dann auch in dem Interview schon verraten, der Dackel ist immer noch mit dabei, aber in einer Urne. Da ist so ein kleiner Altar aufgebaut auf der Bühne, aber er hat auch nicht mehr dazu verraten. Dafür muss man wahrscheinlich das Stück sehen, um zu verstehen, warum der da steht. Gelsenkirchener Barock natürlich auf der Bühne. Ich habe auf einem Sofa gesessen, bin ganz, ganz tief eingesunken und es war schon schräg. Also man hat die Pokale gesehen vom Dackelklub, die da noch in der Dekoration standen. Und was ich auch spannend fand, ihm war dann aufgefallen, da sind verschiedene Aufgänge zu dieser Bühne, also Türrahmen praktisch. Und die leiden natürlich beim Transport und er hat dann tatsächlich zu Pinsel und Farbe gegriffen und hat dann noch ein bisschen braune Farbe über diesen Türrahmen drüber gepinselt. Also da war er natürlich mit seinem Hausmeisterkittel auch genau der Richtige. Aber es hat doch einen gewissen Charme auch, wenn die Türen dann so ein bisschen abgenutzt sind. Du beschreibst das so als Gelsenkirchener Barock, dann passt das doch ganz gut dazu, oder? Ja, es war irgendwie gemütlich. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, ob sein privates Wohnzimmer denn tatsächlich auch so aussieht. Und er meinte, nee, doch nicht so. Aber er empfand eben sein Bühnenwohnzimmer durchaus auch als gemütlich. Und das ist doch die Hauptsache, dass er sich wohlfühlt. Danke, Tim. Ich war sehr überrascht diese Woche, weil nicht nur die Sirenen geheult haben, sondern auch die Handys geklingelt haben. Und mir war nicht bewusst, dass das immer auslöst. Ich bin in unsere Tiefgarage reingefahren. Da gibt es null Empfang, kein Netz. Anrufen geht nicht, Internet geht nicht. Aber die Warnung ging. Mein Handy hat auf einmal geklingelt. Und so war das auch in der ganzen Stadt. Und unser Stadtreporter Kostas Mitzalist, der hat sich mal angeguckt, wie das funktioniert. Du warst da, Kosti, in dem großen Büro, wo die ganzen Bildschirme sind. Ja, es war ja landesweiter Alarmtag. Das heißt, die haben alles Mögliche ausgelöst. Einmal das Handy, was du mitgekriegt hast in der Tiefgarage. Dann auf diesen Tafeln in der Innenstadt, dann Kreuzungen. Da gab es dann auch Warnungen, sogar in Bahnen, in Bussen. Und es gab Sirenen, den Klassiker. Und genau da, bei dem Mann, der auf den Knopf drückt, damit die Sirenen losgehen, bei Daniel Johann. Da war ich und hat mir erklären lassen, was der da macht. Wir können die Sirenen von hier aus auslösen. Wir können warnen, wir können entwarnen. Wir können die Sirenen entweder nach Stadtbezirken zu alarmieren oder aber auch einzeln zu selektieren. Oder alle auszuwählen bei einem Vollalarm. Dementsprechend wird es dann laut im Stadtgebiet, genau. Wie viele gehen an von den 62? Alle. Versprochen? Naja, sein Versprechen hat er nicht gehalten, oder? Ja, eine ist nicht gestartet. Also 61 sind pünktlich losgegangen, als Daniel auf den Knopf gedrückt hat. Eine an der Hafenstraße, die hat nicht funktioniert. Da ist dann auch sofort ein Techniker, der vorher hingefahren ist, aufs Dach geklettert, hat geguckt, was damit ist. Kann sein, dass irgendeiner das Kabel beschädigt hat, dass da irgendwas kaputt war. Aber 61 haben funktioniert, eine nicht. Also das geht. Gute Bilanz auf jeden Fall. Wir müssen sagen, hier bei uns in der Innenstadt, da hat man einiges gehört, aber nicht überall in der Stadt, oder? Nee, nee. Also ganz schlimm war es in Schür. Da sind zu wenig. Oder nicht schlimm, vor allem. Ja, man hat es gar nicht gehört. Sagen wir mal so, wäre es ein Ernstfall gewesen, hätten die in Schür sich auf ihre Handys verlassen müssen. Wir müssen ungefähr 86 in Essen haben, damit man sie überall hört. Aktuell, wie gesagt, haben wir 62. In Schür müssten die meisten noch montiert werden und drumherum, also eher in weniger dicht besiedelten Gebieten im Essener Süden. Da macht man das zuletzt. Die haben einfach Lieferschwierigkeiten. Also Sirenen kannst du nicht mal eben so hier im Elektronikladen kaufen. Die musst du bestellen und die Lieferanten, egal ob in den USA, in Europa, in Asien, die können nicht liefern, weil als der Kalte Krieg vorbei war, haben sich alle gedacht, braucht kein Mensch die Dinger. Abschrauben, abmontieren. Und jetzt will sie wieder jeder haben, ne? Ja, die Hersteller sind pleite gegangen. Dann gab es bei uns die Hochwasserkatastrophen. Dann kam der Krieg in der Ukraine. Und weltweit wollen auf einmal alle Menschen Sirenenbauteile haben. Ja, Kosti, du bist ja jetzt Warntag und Sirenen-Experte. Vielleicht ist das dein nächster Reporter-Einsatz, dass du mal oben drauf kletterst und da so eine Sirene anbaust. Ja, wir haben das gerade mit unserem Techniker auch schon überlegt, dass wir bei so einem Tag, bei so einem Warntag, dass ich da wirklich mit einem der Höhenretter raufgehe aufs Dach. Also der Daniel, der auf den Knopf drückt, der ist Höhenretter. Den kannte ich schon. Die machen einmal im Jahr zu Nikolaus immer diese Aktion im Elisabeth-Krankenhaus. Die verkleiden sich als Superhelden. Spider-Man, Captain America, Superman. Ja, und er war einer dieser Superhelden. Der war, glaube ich, als Superman verkleidet. Und als ich da reinkam, wir guckten uns an, hey, wir kennen uns. Und ich überlegte, woher sagt er, hier, auf dem Dach. Vom Dach, wir kennen uns vom Dach. Ja, das heißt, ich hoffe, dass die mich das nächste Mal mit irgendeiner anderen Höhenretter aufs Dach lassen, dass ich mich von da oben dann live aufschalte, wenn das Getröte losgeht. Ja, wenn du das machst, dann musst du auf jeden Fall auch in den Podcast kommen und davon erzählen. Ich freue mich schon drauf. Ja, du besorgst mir aber irgendwelche Ohrenstöpsel, weil das muss höllisch laut sein, wenn du direkt daneben stehst. Ich habe gestern am Donnerstag noch einen Post bei Instagram gesehen vom Smack Sundance Festival, wo drauf stand, Radio Essen verkündet den Headliner. Und ganz lange wussten wir es noch nicht in der Redaktion, wer es ist. Wir wussten, wir dürfen den Headliner verkünden, aber wer es ist, wussten wir nicht. Und heute Morgen ist es endlich raus gewesen in der Frühschicht. Mona Belinsky ist jetzt hier. Wer ist es denn jetzt? Ja, es war eine große Ehre. Ich durfte es in der Frühschicht verkünden zusammen mit den Nachrichtenkollegen und wir haben uns alle sehr gefreut, weil es kommt Felix Yen zu uns. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, das ist ein aktueller Song. Spielen wir alle. Kennt man auf jeden Fall, ne? Alle diese Songs spielen wir bei uns im Best Mix bei Radio Essen. Der aktuelle mit Leonie zusammen auch viel und gerne gespielt. Also wir bei Radio Essen freuen uns auf jeden Fall, dass er kommt. Ja, Felix Yen ist ein großer Star. Und dann, wenn wir jetzt nochmal die Musik im Ohr haben, die wir gerade gehört haben, vor dem Baldeneysee, im Sand. Ja, stell dir das mal vor. Die Kulisse kennen wir ja sowieso, ne? Mit der großen Bühne. Alle stehen davor. Zehntausend Menschen sind das ja. Mit, keine Ahnung, Pyrotechnik und Nebelmaschine und was weiß ich, Feuerwerk und so weiter. Und dann Felix Yen auf der Bühne. Ich glaube, das wird ziemlich krass. Der war vor ein paar Jahren schon mal da. Mittlerweile ist aber wirklich einer der bekanntesten DJs weltweit geworden. Und deswegen glaube ich auch, dass sich die Karten sehr, sehr schnell verkaufen werden jetzt, wo wir es wissen. Man kann die ja schon kaufen. Die werden in so verschiedenen Etappen gekauft oder verkauft. So, ich glaube, je näher das rückt, desto teurer werden die. Und vor allem, ich glaube, was ich ziemlich cool finde, vor allem ist nicht nur seine Musik, sondern ich mag auch ihn so gerne. Warum? Also als die Person, die er ist. Weil er eben irgendwie sich vor ein paar Jahren, glaube ich, gedacht hat, ey, scheiß drauf, auch wenn ich jetzt berühmt werde und so. Ich möchte trotzdem irgendwie komplett zeigen, wer ich bin und so sein, wie ich bin. Und hat halt angefangen, über Angststörungen zu sprechen, über seine psychischen Probleme vielleicht zu sprechen. Hat auch irgendwie angefangen, ganz bewusst optisch mit so Klischees, was Geschlechter angeht, zu brechen, offen über seine Sexualität zu sprechen und so. Alles ganz, ganz mutige Schritte, die man macht, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und deswegen glaube ich, dass der auch ein Vorbild für viele sein kann, für viele junge Menschen und so. Und deswegen mag ich ihn auch gerne und freue mich noch mehr, dass er da ist. Ja, ich finde das auf jeden Fall auch cool und auch sehr mutig. Und wir haben es ja auch bei Instagram gepostet. Und da sieht man eben auch ein Foto von ihm, ein bisschen geschminkt, mit Glitzerjahr im Gesicht und mit so einem, wie heißt das, Mesh-Oberteil. So ein Netz-Oberteil. Ja, genau. Und das ist ja schon ein sehr mutiger Schritt, vor allem, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Und das kann dann schon ein Vorbild auch für andere Leute sein. Finde ich auch. Freut mich sehr. Also am 13. Juli, Leute, alle zum Baldeneysee kommen. Karten gibt's noch. Online bei uns bei Radio Essen gibt's die Infos. Also ich war selbst schon da beim Smack-Sundance-Festival. Und das ist wirklich eine beeindruckende Kulisse direkt am See, wenn man dann im Sand steht und die Bühne da steht. Und dann wird's irgendwann ja auch ein bisschen dunkler mit den LED-Lichtern. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und Felix Jen ist ja auch ein sehr großer Star. Das lohnt sich mit Sicherheit, da hinzugehen. Vielleicht sollte ich mir das auch überlegen. Sonst bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich nochmal auf unseren Schwester-Podcast verweise. Es gibt eine neue Folge von Essen im Ohr. Da hat Mona Belinsky mit einer Ordensschwester gesprochen, die im Kloster lebt. Die ist die jüngste Ordensschwester in diesem Kloster und ist eigentlich Lehrerin vom Beruf Spanisch und Religion, unterrichtet sie. Und in dem Podcast, da haben sie ein bisschen darüber gesprochen, wieso das Leben im Kloster eigentlich ist und ob viele Vorurteile ja nur Vorurteile sind oder ob die tatsächlich erfüllt werden. Das hört ihr alles in der ganzen Folge. Das könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt, aber natürlich auch auf radioessen.de. So wie auch unseren Nachrichten-Podcast. In dieser Woche übrigens mit mir. Da hört ihr die wichtigsten Themen des Tages zusammengefasst in fünf Minuten. Lohnt sich also auch immer. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen habt oder wenn ihr irgendwas von uns wissen wollt, dann schickt uns gerne eine Mail am podcast.radioessen.de. Und dann war es das schon wieder für diese Woche. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und sage Tschüss. Rede Bedarf 2.0. Der Radio Essen Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.